hallo liebe zauberlehrlinge ich habe euch heute mit ein trick mitgebracht oh der ist auch wieder unglaublich schwer dafür braucht ihr ein schwarzes einfaches schwarzes blatt papier und natürlich zauberpulver wo man dieses zauberpulver herkriegt das erkläre ich euch gleich ich werde jetzt dieses zauberpulver auf mein schwarzes blatt papier verteilen dann ein zauberspruch und 123 zauberschrift oh komm herbei große und auch kleine pupa dieser zaubertrick ist super und jetzt muss ich feste puste und liebe zauberlehrlinge mein zauberpulver ist ganz einfaches mehl und ein kleiner tipp nehmt nicht so viel mehl ihr seht wie man sonst aussäte ne tschüss große und auch kleine pupa dieser zaubertrick ist super und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017